Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 30.04.2020 und unser DAX ist hier weiter auf dem Weg zum Mond und zur Sonne. Und ich spreche jetzt mein Video zum zweiten Mal ein. Sehen Sie mir nach, dass das dann jetzt ein bisschen später geworden ist. Ich habe mich jetzt so in Wut geredet, das glauben sie nicht. Das hat jetzt fast 30 Minuten gedauert und da war gar kein charttechnischer Inhalt drin. Ich fasse mich mal ganz kurz. Freunde, grundsätzlich könnt ihr mit eurem Geld machen, was ihr wollt. Ja, also jeder ist seines Glückes Schmied, sagt man so schön, und jeder ist auch für sein eigenes Handeln verantwortlich. Man kann natürlich sich jetzt hier hinstellen und sagen, ich gehe jetzt hier Short, der kommt bestimmt auch wieder runter. Kann man machen. Man kann auch die ganze Zeit nachbauen und immer mehr Short reingeben und immer mehr und immer mehr. Noch 50 Punkte höher, ich komme noch günstiger rein. Was mir aber lieber wäre, und so kürze ich mir jetzt mal 20 Minuten meines Videos ab, ist, wenn sie sich zusammenreißen und versuchen, disziplinierend zu traden. Ich empfinde es als respektvoll mir gegenüber und in Wertschätzung der Arbeit, die ich mir mache, wenn man das nicht mit Händen und Füßen tritt und einfach Bild drin rumfuchtet. Weil, ganz ehrlich, ab dem Moment, wo sie sowas machen, wo sie, was weiß ich, seit 3.50 Uhr Short drin sitzen und immer wieder Short nachbauen, machen sie sich im besten Falle morgen das Depot kaputt, komplett. Dann ist es kaputt, auf Null. Und sie haben die ganzen Einsätze, die sie vorher gemacht haben, verloren. Wenn sie Glück haben, überleben sie morgen, sterben übermorgen. Wenn sie Glück haben, kommen sie aus der Situation sogar raus, warten zwei Wochen, kriegen das auf der anderen Seite dann. Das heißt, sie spielen da eher mehr auf Zeit als auf alles andere. Das funktioniert nicht. Also, wer seinem Depot den Weg zur Null öffnet und das nicht irgendwo bei 1, 2, 3 Prozent pro Tag beschränkt oder was für sie auch immer vertretbar ist. Also, sie brauchen aber eine Grenze halt. Sie brauchen irgendwo ein Limit, wo sie sagen, hier ist Schluss und da nicht weiter. So, haben sie eine Möglichkeit, solange sie das machen, anhand von Wahrscheinlichkeitsvorteilen, die wir eben zum Beispiel durch das Video, was wir hier machen, durch die Zeit, die ich mir jeden Abend... Ey, ohne Scheiß, ich sitze hier jeden Abend, das ist Freizeit. Ich sitze hier jeden Abend, gut zwei Stunden abends, da, bis 23.30 Uhr, um das Video zu machen. So, und in dem Moment, wo sie dann komplett alles Risiko, alle Risikoparameter über Bord werfen, und hier Harakiri fahren, es ist scheißegal, nach was sie sich richten. Ganz egal, da können sie die professionellsten Tools haben, da können sie nach Foodprinting-Chart gehen, da können sie, was heiß ich, mit irgendwelchen Volume-Orders und so weiter. Es ist völlig egal, nach was sie handeln. Ganz ehrlich, da können sie ihren Hund auf die Tastatur treten lassen, da kommt das Gleiche bei raus. Wenn sie ohne Risikomanagement arbeiten. Na, also, jetzt muss ich auch tolle aufpassen, jetzt fange ich mich schon wieder an, aufzuregen. Genau deswegen habe ich das Video gelöscht. Ich glaube, Sie können sich vorstellen, in welche Richtung das geht. Ich habe da so meine Probleme mit. Ich sage das einfach so. Also, ich weiß, es ist sehr, sehr, sehr schwer, und es ist schwer, das auch rauszutrainiert kriegen. Aber es, und vielleicht kriegen wir so einen besseren Bogen, ohne dass ich jetzt wieder hier so eine Wutrede von mir lasse. Seien Sie Respekt vor mir gegenüber. Nutzen Sie das Risikomanagement. Trennen Sie sich auch bei Zeiten mal von Verlusten. Sitzen Sie sich irgendwo was aus und hoffen Sie, denn auch diese Zone hier oben ist nicht allgegenwärtig. Wir können auch drüber und auch deutlich weit drüber. Und wir können auch völlig absurd die Täten oben bekommen und die fangen nicht bei 12.000 an. Absurd wird es, wenn der DAX innerhalb der nächsten paar Wochen oder bis Mitte Juni auf 13.500 steigen wird. Aber es ist möglich. So, jetzt können Sie eins machen. Sie können sich dann hinstellen und sagen, gut, habe ich Haus und Hof verloren. War ja auch total krass, was da am Markt passiert ist. Oder Sie sagen sich halt, okay, ich mache es halt vernünftig. Dann habe ich vielleicht nicht alles verloren bis da hoch. Aber ich habe halt vielleicht trotzdem hier und da ein paar Punkte mitnehmen können. In dem Moment, wo man sagt, man handelt zum Beispiel jetzt nicht gegen eine grüne Kerze oder einen Short. Und wenn man Short handelt in einer steigenden Bewegung, dann trennt man sich per Stop los, sobald ein neues Hoch wieder reinkommt. Was eine Trendbestätigung in dem Sinne bedeutet. Aber man muss es begrenzen. Und das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ein langer Lernprozess ist, das auch zu erkennen. Ich habe da lange für gebraucht, um das zu erkennen. Ich dachte immer, mein Depot ist nicht groß genug. Wirklich. Ich habe am Anfang immer gedacht, hättest du, was weiß ich, 3.000 mehr drauf gehabt, hättest du 5.000 mehr drauf gehabt, hättest du 10.000 drauf mehr gehabt, wäre dir das nicht passiert. Ich kann Ihnen das auflösen, ohne dass Sie selber testen müssen. Das ist scheißegal. Selbst wenn Sie 100.000 auf dem Depot haben, selbst wenn Sie 5 Millionen auf dem Depot haben. Das ist scheißegal. Wenn Sie das Risikomanagement nicht vernünftig machen, kriegen Sie sie immer auf die Nase. In dem Moment, wo Sie nicht respektvoll mit dem Geld umgehen und nicht respektvoll mit den Marken und den Analysen, wie wir sie hier machen. Das heißt, in dem Sinne auch, wenn so eine Analyse gegen Sie läuft, Reißleine ziehen. Wenn eine Analyse nicht klappt, Reißleine ziehen. Getradet wird, wenn der Markt das macht, was er soll, und dann wird er mitgegangen. Wenn er nicht das macht, was er soll, raus. Verluste realisieren. Realisieren. Großgeschrieben. Soll ich es bloß charpieren? Man muss Verluste ins Buch holen. Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Und man muss sich Parameter setzen pro Tag. So. Das kriegt jeder hin. Mir ist nur wichtig, dass ich es auch tatsächlich vornehme. Ich finde es mir persönlich respektlos gegenüber, in dem Moment, wo ich mich jeden Tag hinsetze, mit Ihnen hier wirklich austüftle, zwei Stunden pro Tag Zeitopfache, um Ihnen schöne Zonen, Wahrscheinlichkeiten vorzulegen, Trends aufzuzeigen, Bewegungen, wie Sie kommen können. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass wir, wenn wir uns stabil an der 37 halten, wir noch nicht negativ sein dürfen. Wir erst negativ sein dürfen, wenn wir unter das Tief fallen und wenn er sich stabil hält über den Vormittag, schön zur Seite schiebt, dass er dann auch gut und gerne richtig nach oben durchziehen kann. Auch Lockner schon 1145 erreichen kann, 11100 erreichen kann und darüber hinaus dann eben den Skip arbeiten kann. 11200 haben wir uns angeguckt, auf die 11500 haben wir uns angeguckt. In dem Moment, wo Sie mir den ganzen Tag schreiben, dass Sie immer wieder Short suchen und ich Ihnen mehr oder weniger schon fast sage, na geht's denn doch. Und Sie machen damit weiter, empfinde ich das als respektlos. Also, weil das ist, das, ne, also, Freunde, es ist, Trading ist nicht schwer, aber ein bisschen zusammenreißen muss man sich einfach halt, ne. So, jetzt kann das natürlich trotzdem sein, dass wir hier wegkippen und es kann auch sein, dass man hier recht behält, aber Risikomanagement ist eben einfach wichtig. Sie haben doch nichts gekonnt, wenn Sie den ganzen Monat super toll traden, super tolle Gewinne machen und dann lassen Sie am einen Tag mal einfach den Kopf durch die Wand rennen und machen sich alles kaputt. Und, ne, und dann sind die ganzen Gewinne weg. Ähm, da haben Sie doch nichts gekonnt, da haben Sie, da haben Sie so richtig gar nichts gekonnt. Wirklich, dann einen Hund auf die Tastatur treten lassen, das führt zum Gleichen. Oder die Katze oder, was weiß ich, fragen Sie Ihre Frau, Ihren Mann jeden Tag, null oder eins, soll er irgendwas sagen oder sie. Und dann geht Sie short und lang, da kommt das Gleiche bei raus, wie wenn Sie so einen Quatsch machen. Also, da brauchen Sie sich auch nicht die Zeit und die Mühe machen, hier mühevoll versuchen, Wahrscheinlichkeiten zu erkennen und so weiter, wenn Sie es dann alles über Bord werfen, weil Sie sagen, der muss aber jetzt fallen, das ist doch absurd hier, viel zu weit gestiegen. Das kann man sich denken, aber man sollte es nicht handeln, bitte. Und wenn Sie sich denken, das ist absurd und Sie würden gerne short, dann warten Sie, bis entsprechende Umkehrsignale kommen, warten Sie, bis die roten Kerzen kommen. Und dann wird sich über den roten Kerzen abgesichert und sobald er dann wieder rüber geht, dann wird sich wieder zurückgezogen. Das ist Trading. Trading ist nicht Rechthaben. Trading ist sich beugen, unterordnen und mit dem Markt mitgehen. Völlig egal, wie gaga und behindert es ist, was der macht. Und wenn er morgen auf 11.800 steigt, dann steigt er morgen auf 11.800. Fertig. Okay? So, jetzt machen wir, gucken, ich habe mich gut gefangen. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe mich wirklich bemüht. Vor uns hat das echt 30 Minuten gedauert, bis ich an dem Punkt war. Ich glaube, ich habe jetzt ganz gut die Kurve gekriegt. Sie haben die Botschaft mitbekommen. Ich bin nicht laut geworden. Vor uns bin ich sehr laut geworden. Der hat bestimmt ordentlich gekratzt im Mikrofon. Weil es geht nicht. Das geht nicht. Also, selbst wenn sie positiv aus sowas rauskommt und sie gehört zu denen, die jetzt hier wild rumgesetzt haben. Was machen sie denn, in dem Moment, wo sie sich abgrenzen, wenn der über 11.500 geht? Was machen sie, wenn der an die 11.800 geht? Was machen sie, wenn der auf die 12.000 steigt und dort zwei Monate zur Seite schiebt? Das ist einfach schade ums Geld. So ist es. Das ist einfach schade drum. Und das muss auch nicht sein. Man muss nicht gegenhalten, solange noch keine rote Kerze ist. Rein theoretisch kann ein Markt fallen, ohne eine rote Kerze zu bauen? Geht nicht. Das heißt, in dem Fall, wo der Markt fällt, muss er auf jeden Fall mit einer roten Kerze anfangen. Das heißt, wenn sie auf dem Fall im Markt wetten wollen, dann warten sie halt die Kerze ab. So nah ist es zum Beispiel noch keine gewesen. Er hat voll durchgezogen. Also, mich hat es gefreut. Mich hat es sehr gefreut, dass im Dienst und auch im Chat, auch die, die nicht bei uns im Premium-Dienst sind, sondern die einfach im Chat geguckt haben, dass das gut geklappt hat. Dass da wirklich viele sich hier richtig viele Punkte rausgeholt haben. Das hat mich sehr gefreut. Wir haben auch im Dienst, haben wir uns auch nochmal vor Augen gerufen, als der hier so lange zur Seite gelaufen ist, dass die Wahrscheinlichkeit nach oben unheimlich stark zunimmt, umso länger der so stabil zur Seite läuft. Und wenn er die 57 nach oben knackt, kann er dann raus. Das kann zur 29, ne? Und L45 und an der L45 haben wir auch nochmal gesagt, Vorsicht, da hat er jetzt einen Doppeltopf stehen. Aber wenn der drüber geht, bitte planen sie ein, dass der noch richtig darüber hinaus gehen kann. Da ist viel, viel, viel Platz. Da ist ein riesengroßes Gap. Und wenn er Bock hat, kann er sogar in zwei Stunden durchsteigen. So, da habe ich auch nochmal gehört, dass da einige Long mitgegangen sind. Also insgesamt bin ich da schon froh, dass wir da relativ viele abgefangen haben. Aber ich weiß natürlich auch, dass einige keinen leichten Tag hatten. Weiß auch, dass viele zum Beispiel in Wirecard extrem Long richtig auf die Nase gekriegt haben. Und das fühlt sich, also das kenne ich auch persönlich, ne? Wenn der ganze Markt steigt und du bist in diesem einen einzigen Wert, der minus 10% am Tag macht. Im Nachhinein kann man darüber lachen. Ja, aber in dem Moment, wo das passiert ist, dass sie, also es ist voll terr. Es ist einfach voll terr. Ihm geht es da nicht gut. Und da fühle ich mit ihnen. Und für alle anderen, die hier irgendwie Harakiri-Aktion fahren, bitte, 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 bleiben sie vernünftig. Übertreiben sie es nicht. Seien sie geduldig. Warten sie auf die roten Kerzen. Wenn sie irgendwie was nach unten wollen, gehen sie mit den Grünen mit. Und da haben sie schon, da haben sie schon echt viel, mit so einer pauschalen Aussage haben sie schon echt viel gekonnt. Was würde ich jetzt, ja, jetzt sind es doch 15 Minuten geworden, ne? 12. Naja, ich bin trotzdem noch gut im Kurs. Im Gegensatz zuvor bin ich gut im Kurs. Mein Puls ist auch deutlich geringer. Ey, wirklich, ich habe mich vorhin so in Rache geredet. Das ärgert mich einfach. 11.200, wenn der, wir sind jetzt außerbürstlich sogar schon dort, wenn der morgen zum Donnerstag dort eröffnen sollte, bei 11.200, bei 11.200 eröffnen sollte und dort stehen bleibt und nach unten treibt, würde ich sagen, sollte man sogar auch mal Short probieren. Ich glaube, das kann sogar funktionieren, weil das ist eigentlich hier eine richtige Zielzone und eine Überraschungszielzone, weil sie liegt genau in dem Gap. Sie liegt genau in dem Gap und ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt hier so ein bisschen Respekt und Angst erfüllt auf diese 11.500er gucken. Aber, ähm, das wäre ein entsprechender Marker, um vielleicht vorher schon zu drehen. Das heißt, wenn der zur Eröffnung unter dieser 11.200 bleibt, kann er von dort wieder gut runterdrehen. Dann hätten wir hier zumindest das Gap-Close-Niveau erstmal bei 11.1.26, aber der geht bestimmt auch ein bisschen tiefer. Also, richtig wäre, wenn er bis 11.45 runtergeht, 11.45 wäre jetzt hier der erste Rücklaufbereich und der zweite liegt tatsächlich dann ziemlich weit unten, das ist dann um die 10.900 rum. Aber das sind so die zwei Rücklaufbereiche, die wir haben, einmal die 11.45 und einmal die 10.900, beide sind zum Donnerstag möglich. Ne, Donnerstag sind sehr, 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 sehr volatile Tage, die oft in beide Seiten ordentlich austreten können und daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir nach oben schlagen, nach unten schlagen und am Ende trotzdem wieder hier höher sogar, noch mit einer grünen Tageskerze rausgehen. Ne, das, 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 das muss man dem Donnerstag zutrauen. Deswegen nehmen sie die 11.45 ein bisschen in den Fokus und die 11.900, das sind jetzt so meine, meine beiden Marken. Ansonsten, solange grüne Kerzen kommen, im Zweifel erst mal mitgehen, im Zweifel oberhalb von 11.200 müssen wir mit dem Erreichen von 11.4.20 rechnen. 11.4.20 ist auf Tagesebene das letzte Tief, 11.4.20 ist quasi das hier, das Tief von dieser Kerze, ja, 11.4.20, 11.4.30, da liegt ja auch so eine dicke schwarze Linie, die ist wichtig. Ja, kann auch reagieren. Sollte die nicht reagieren, sollte der Markt drüber gehen, hätten wir hier Gap Close um 11.550. Auch erreichbar zum Donnerstag. Sollte die 11.550 überlaufen werden, DAX kann, sag ich mal, nach der aktuellen Volatilität, nach dem aktuellen Schwung gut 600 Punkte am Tag schaffen. In der Regel nimmt die Bewegung in Trendrichtung zu. Wir stehen jetzt aktuell bei 11.200, müssen wir auch eine 11.800 mit einplanen zum Donnerstag, ja. Hier kommt dann die EMA 200, also die exponentielle 200-Tage-Linie, die richtige, die einfache, kommt dann bei 12.170, wo übrigens auch noch ein offenes Gap liegt. 12.270 ist das dann sogar. Also das heißt, wir haben oberseitig, haben wir jetzt wichtigen Bereich bei 11.200, 11.420, 4.30, dann bei 5.50 und dann bei 800. Das sind so die vier Etappen, in denen der Markt jetzt weiter steigen kann, solange er grüne Stundenkerzen stellt. Ab dem Moment, wo er rücksetzt, wäre wie gesagt die 12.1.26 eine schöne Anlaufstelle, die 11.45 wäre eine schöne Anlaufstelle und die 10.900 wäre eine schöne Anlaufstelle. Das sind so die Punkte, die ich mir jetzt für den Donnerstag mit zur Brust nehme und dann, ich drücke, ehrlich, ich drücke allen die Daumen, dass sie, wenn sie auch die richtige Scheiße gemacht haben, dass sie gut wieder rauskommen. Ich drücke ihnen da wirklich die Daumen, aber ich möchte bitte, dass sie mir versprechen, dass sie sich was überlegen, dass das künftig nicht mehr vorkommt. Im Zweifel, dass sie dann, was weiß ich, einem Lebenspartner, einen Laptop oder das Handy hinlegen und sagen, gibst du mir erst in zwei Stunden wieder oder einem Kumpel, was weiß ich, ihr Trading-Passwort und der soll das ändern und soll ihnen das Passwort erst nach so und so vielen Stunden wiedergeben. Möglichkeiten gibt es genug und es gibt, Ausreden gibt es so viele, zählen alle nicht bei mir, zählen keine Ausreden. Aber, 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 wenn sie schon damit anfangen wollen, verkehrt, suchen sie eine Lösung, denn sie brauchen eine. Ja, wenn sie gar keine finden, kommen sie, dann schreiben sie mir, zur Not lösche ich ihnen das Passwort raus. Ne, also da findet sich irgendwas, so. Und, äh, ja, ne, ich glaube, das war jetzt nicht clever, was ich gemacht habe, aber sie wissen, was ich meine. Nehmen Sie sich davor, dran zu arbeiten, das ist echt wichtig, dass man in solchen Tagen nicht immer nur dagegen ballert, weil gewinnen sie keine Blumdöpfe mit, wirklich, gewinnen sie keine Preise mit. Gut, das kenne keinen, der, der erfolgreich profitabel geworden ist, weil er gegen jede grüne Kerze short handelt. Ja, also gucken Sie sich einfach mal den Markt an, ne, wie, wie sieht das immer wieder aus? Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit jeder grünen Kerze long und packen mir einen Stopp unter den Kerzeneröffnung, in solchen Bewegungen. Gucken Sie sich das an. Einfach nach einer grünen Kerze long und den Stopp los und dann die Kerze drunter. Ja, gut. Ansonsten Tagesebene, äh, können wir nochmal kurz drüber sprechen, diese Sidewares Range. Ich, äh, ich rechne ja insgeheim eigentlich schon damit, dass wir bis Juni brauchen, bevor wir abklappen. Und bis dahin gilt es jetzt darum, die Köpfe zu drehen, denn wir brauchen die Leute long. Wir wollen, dass die Leute davon, dass sie fest daran glauben, dass wir an 13.800, 13.500 anlaufen. Das wollen wir ganz fest, das brauchen wir. Übrigens, wo ich es gerade sehe, hier sind ganz viele Tees unter 12.800. Das ist unsere Verkaufszone, aus der sich der Markt nach unten drehen kann. Ja, das ist, das ist jetzt hier dann die große Verkaufszone, aus der eine zweite Corolla-Welle nach unten sich lösen kann. Die kann sogar auf ein neues Tief. Ja, aber 8.8, so 9.5, das ist schon nochmal drin. Auch so eine 9.5, 8.8, glaube ich, ist schon realistisch. Das wird aus dem Bereich hier kommen. Deswegen müssen wir sehr, sehr stark aufpassen, wie wir uns auch selber verhalten, ähm, wie wir so gestimmt sind. Wir müssen sehr stark unser Umfeld aufpassen, wann sind die Leute total optimistisch, wann wollen die Leute nicht mehr warten auf Rücksetzer, wann kaufen sie jetzt ihre Aktien. Das sind so die Punkte, wo wir dann sagen können, okay. Und, ähm, ich persönlich glaube, wir brauchen diese Lockerungen überall wieder, ne, also nach Mai erst dann, ne, wenn die Leute alle wieder normal auf Arbeit gehen, wenn sich Normalität einsetzt und die Leute denken, Mensch, ähm, ja, jetzt, jetzt ist Corona hier vorbei, jetzt kann der DAX ja eigentlich wieder auf 13.800, dass wir dann noch unsere zweite Welle kriegen, ne, also würde ich schon, würde ich schon für realistisch erachten. Also schauen wir mal, wie die Leute so drauf sind, auf jeden Fall mit den grünen Kerzen gehen wir erstmal noch mit. Und auch auf Tagesheben, ne, ne, solange hier keine Umkehr drin ist, rechnen wir mit keiner. Und, ähm, im Zweifel rechnen wir jetzt damit, dass er hier oben drei Wochen über 11.000 bleibt. Ne, dass er jetzt hier einfach zur Seite rum eiert. Ja, im Zweifel kann er hier mehrere Wochen jetzt hier oben einfach zur Seite schieben. Dann würde er nichts anderes machen, wie das, was wir erwartet haben. Kann auch ein bisschen höher werden, ne, wie gesagt, 11.800 ist auch ganz nett. Äh, irgendwie so in dem Korridor hier. Das, das wird interessant. Aber es ist halt auch noch Platz, also bis zu 200-Tage-Linie, das kann der DAX in zwei, drei Tagen schaffen. Na, von daher, nicht keinen Blödsinn machen, keine Dummheiten machen, bleiben sie vernünftig. Mit dem Markthandel nicht dagegen. Und dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg zum Donnerstag und wir hören uns morgen wieder. Tschö.